Pari Vrita Ardra Chandra Chapasana ist die drehende Halbmondstellung. Nura von Yoga Vidya Bad Meinberg zeigt, wie es geht. Ausgangsposition, aufgerichtete Stehhaltung. Du könntest sie auch aus dem Hund heraus machen. Von hier beuge dich nach vorne und bringe eine Hand auf den Boden oder zunächst beide Hände auf den Boden. Und dann hebe ein Bein hoch, zum Beispiel hebe das linke Bein hoch und hebe den rechten Arm hoch. Dann fasse mit der Hand an den Fuß und schaue dann nach rechts Richtung Decke oder Richtung Hand. Und das ist dann Pari Vrita Ardra Chandra Chapasana, die drehende Halbmondbogenstellung. In dieser Stellung wird Gleichgewicht trainiert und auch Rückbeuge und Flankenstreckung. Untertitelung des ZDF, 2020